Wann machst du wieder was mit deinem Sohn? Ich hab die letzten Tage es nicht geschafft, ich werd aber sehr, sehr safe nächste Woche wieder Videos aufnehmen. Auch mit meinem Sohn zusammen. Wer ist die Mutter von meinem Sohn? Die Mutter ist Nathalie. Ja. Nathalie ist es. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber die ist schwanger geworden von mir, die Nathalie. Jetzt wisst ihr es. Weiß Nathalie, dass die Mutter ist? Nee, noch nicht. Ich hab's gerochen. Ja, Fabio auch, Inspektor Gadget hier. Bro, meine Schuhe sind heute gekommen. Noah, was soll ich mit dieser Information anfangen? Noah, Digga, wirklich. Einmal coole den Chat für Noah. Ich hab einen besseren Joke. Was braucht ein Feuerwehrmann zum Löschen? Feuer XD. Hä? Was? Der Edding, danke für 20 Euro. Hä? Nur ich den nicht gerafft, Digga? Ach so. Er braucht das Feuer, damit er es löschen kann. Ja, ich bin dann. Sorry. E urmhter.